Die 5 besten Brotdosen mit Fächern für jeden Bedarf Ich bin absolut begeistert von der Mepal Bento Lunchbox Take a Break Nordic Pink Large. Sie bietet ausreichend Platz für bis zu 8 Butterbrote und lässt sich dank der verschiedenen Fächer optimal organisieren. Auch die Materialien TPE PP ABS sind sehr hochwertig und langlebig. Die Box lässt sich kinderleicht reinigen und ist außerdem auch noch optisch ein Highlight, das Nordisch Winke Design ist einfach ein Hingucker. Ich kann diese Brotdose wirklich nur jedem empfehlen, der nach einer praktischen und schönen Aufbewahrungsmöglichkeit für den Lunch sucht. Ich liebe diese Schmatzfatz Junior Brotdose für Kinder. Sie hat genug Fächer, um verschiedene Snacks zu organisieren und ist perfekt für Ausflüge mit Kindern oder für die Schule. Die BPA-freie Lunchbox ist sicher für meine Kleinen und das Orange-Wald-Design ist einfach entzückend. Es ist auch sehr leicht zu reinigen und lässt sich einfach in der Spülmaschine waschen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Kaufentscheidung und würde diese Bento Box jedem empfehlen, der eine praktische und stilvolle Lösung für die Aufbewahrung von Essen für Kinder sucht. Ich liebe meine Mepal Take-A-Break Medi in Nordic Green. Mit ihrem 900ml Inhalt ist sie perfekt für meine Mahlzeiten und dank der Trennwand kann ich alles getrennt halten. Die Lunchbox ist auch super für Meal Prep geeignet und ich kann sie einfach in die Spülmaschine geben. Das Material ABS ist robust und hält sogar Stößen stand. Ich bin begeistert von dieser Lebensmitteltransportlösung und liebe, wie praktisch sie im Alltag ist. Absolute Kaufempfehlung. Ich habe mir die Bento Box von My Vespa Box zugelegt und bin absolut begeistert. Die Box ist super robust und extrem auslaufsicher, was für mich als Mutter von kleinen Kindern besonders wichtig ist. Die verstärkten Verschlüsse halten dicht, ohne dass man Angst haben muss, dass das Essen im Schulranzen meiner Kinder ausläuft. Auch die Tatsache, dass die Box BPA-frei ist, gibt mir ein sicheres Gefühl. Die Lunchbox ist ideal für Kindergarten und Schule und wird von meinen Kindern sehr gerne genutzt. Insgesamt bin ich mit dem Kauf sehr zufrieden und kann Daimai Vespa Box BIA Bento Box nur weiterempfehlen. Ich liebe das Amazon Basics Frischhalte-Dosen-Set. Die Dosen sind luftdicht verschließbar und halten meine Lebensmittel länger frisch. Sie sind auch super praktisch zu verwenden und einfach zu reinigen. Das Dreier-Set hat genau die richtige Größe, um etwas aufzubewahren, ohne zu viel Platz im Kühlschrank oder in der Speisekammer einzunehmen. Ich habe sie schon seit einigen Wochen und sie sehen immer noch neu aus. Ich mag die hellblaue Farbe und es ist schön, dass sie in meinem Küchenregal so gut aussehen. Dieses Set ist ein Muss für jede Küche. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.